Liebe Studierende, willkommen zur 13. Videoübung des Semesters mit dem Thema Dopplereffekt. Tatsächlich werden wir uns hier mit dem relativistischen Dopplereffekt auseinandersetzen. In der ersten Fragestellung betrachtet man einen guten trainierten Velofahrer, der sich gegenüber jemandem im Ruhesystem, also in Ruhe, ohne Bewegung, mit einer Geschwindigkeit V sich bewegt, die halb so groß ist wie die Lichtgeschwindigkeit. Wir sind in einer Situation, wo zwei Objekte, also Velofahrer und eine Person, relativ zueinander sich entfernen. Jetzt die Person, die in Ruhe steht, versucht eben Kontakt mit dem Velofahrer aufzunehmen und das erfolgt via Erzeugung von Lichtblitzen. Diese Person in seinem eigenen Ruhesystem hat eine Lichtquelle und mit dieser Lichtquelle werden Lichtpulse verschickt und diese Lichtpulse besitzen einen zeitlichen Abstand, sagen wir so, Delta t. Das heißt, das wäre die Periode der Lichtpulse und wenn wir die Periode einer Quelle kennen, dann kennen wir eigentlich auch die entsprechende Frequenz. Das ist eben eins über die Frequenz. Es gibt eine inverse Proportionalität, wie wir wissen, zwischen der Periode von Lichtpulse und der entsprechenden Frequenz. Jetzt die Frage ist, mit welcher Periode, nennen wir das Delta Strich, und auch schlussendlich mit welcher Frequenz und auch mit welcher Wellenlänge, mein Velofahrer erlebte die Lichtpulse verschickt oder gesendet von dieser Lichtquelle, die in Ruhe steht. So, als Folge des Doppler-Effektes, wenn eben Sender und Empfänger relativ zueinander sich bewegen, erwarten wir natürlich eine Änderung in der gemessene Periode Frequenzwellenlänge relativ zu den Größen, zu den gleichen Größen, gemessen in einem Ruhesystem. Jetzt hier, da wir mit Licht arbeiten, das heißt, wir betrachten die Doppler-Effekte, wenn Licht im Spiel ist, das Wichtigste zu wissen oder eigentlich die erste wichtige Entscheidung ist zu eruieren, wie Sender und Empfänger sich bewegen voneinander. Und hier, wir sind, wie gesagt, in einer Situation, wo beide sich entfernen. So, wir wissen aus der Diskussion des relativistischen Doppler-Effektes, dass die Frequenz, gemessen vom Velofahrer, ist die Frequenz der Lichtquelle im Ruhesystem mal ein Korrekturfaktor in diesem Fall, weil eben Sender und Empfänger sich voneinander entfernen, ist dann 1 minus Beta geteilt durch 1 plus Beta. Und ich erinnere hier, dass Beta eigentlich entspricht dem Verhältnis zwischen Geschwindigkeit, in diesem Fall des Velofahrers, relativ zur Lichtgeschwindigkeit. So, in dieser Fragestellung kennen wir die relative Geschwindigkeit zwischen Sender und Empfänger und gefragt ist eigentlich, wie verändert sich schlussendlich die Frequenz, wenn diese Frequenz der Lichtquelle, also das Lichtsignal der Lichtpulse, gemessen ist aus einem System, das eben relativ zum Bezugssystem der Lichtquelle sich bewegt, und zwar mit diesen Geschwindigkeiten. So, hier können wir das Problem sofort mit dieser Formel lösen. Das heißt, wir wissen, dass diese Frequenz ist eigentlich auch proportional zu 1 über Delta T Striche und das ist dann diese Frequenz, das ist 1 über Delta T mal 1 minus Beta geteilt durch 1 plus Beta. So, wir sehen eigentlich, dass wenn wir die Periode der Lichtquelle schon kennen, können wir sofort die neue Periode gemessen vom Velofahren direkt berechnen und da haben wir dann gleichzeitig auch die neue Frequenz. Gefragt ist auch die Wellenlänge gemessen vom Velofahrer. Hier muss man sich erinnern, dass Licht besitzt eine Geschwindigkeit, die bezugssystemunabhängig ist. Und das ist tatsächlich auch eine der wichtigsten Postulate der speziellen Relativitätstheorie. Licht besitzt die größte mögliche Geschwindigkeit der Natur und eben ist bezugssystemunabhängig. Das heißt, die Lichtgeschwindigkeit c ist gleich µ als Frequenz mal Lambda, aber auch µ' mal Lambda'. So, aus dieser Formel, wenn wir jetzt aus der Frequenz im Ruhesystem die Frequenz vom Velofahrer kennen, können wir dann auch via diese Formel für die Lichtgeschwindigkeit auch die neue Wellenlänge tatsächlich berechnen. Die Situation B, des Problems B, ist jetzt eine Anwendung von diesem Paradebeispiel, aber aus der Astronomie. In dieser Situation ist es so, dass wenn wir Sterne beobachten, diese Sterne lassen sich sehr schön charakterisieren, wenn man die Absorptionslinien des Lichtes sozusagen misst. Das heißt, Sterne bestehen aus Materialien, aus Materie und die Materie ist charakterisiert, wie wir in dem Kapitel moderne Physik angeschaut haben und diskutiert haben, ist charakteristisch durch charakteristische Absorptionslinien und Emissionsspekt. So, es ist möglich eigentlich, wenn wir das Emissionsspektrum von einem Stern messen, von einem Sternbild messen, können wir eigentlich eruieren, aus welcher Materie Sterne bestehen. Und in diesem Beispiel ist es so, dass man misst aus einem Sternbild eine Absorptionslinie im Kalziumspektrum. Wenn wir diese Messung machen würden in unserem eigenen Ruhesystem, das heißt im Labor, wissen wir, dass die Wellenlänge, verbunden mit diesen Absorptionslinien, beträgt 395 Nanometer. Wenn wir aber diese Absorptionslinien im Kalziumspektrum aus einem Sternbild messen, messen wir dann aus diesem Sternbild eine Wellenlänge, die 447 Nanometer ist. Das heißt, wir bemerken, dass eine Vergrößerung in der Wellenlänge stattgefunden hat. Und das hat nochmals mit dem Doppler-Effekt zu tun. Das bedeutet eigentlich, dass die Lichtquelle, nämlich mein Sternbild, entfernt sich vom Beobachter eben im Ruhesystem, im Labor, sagen wir so, auf der Erde. Weil wenn die Wellenlänge wächst, bedeutet das, dass die Frequenz sinkt. Und das tatsächlich bedeutet auch, dass die Wellenfronten sich ausdehnen. Das ist eine typische Situation, wenn Quelle und Empfänge voneinander sich entfernen. Das haben wir, eine ähnliche Situation, auch im klassischen Limit beobachtet, in der Vorlesung mit dem Experiment der Wasserwellen. So, hier sind wir sicher in einer Situation, wo im Gegensatz, die sehr ähnlich ist eigentlich wie im Problem A, nämlich nochmals Sender und Empfänger entfernen sich. Und gefragt ist, mit welcher Geschwindigkeit. So, im Gegensatz zu Problem 1, wo die Geschwindigkeit bekannt war und wir mussten eigentlich die Veränderung in der Frequenz messen, hier kennen wir schon die Veränderung in der Wellenlänge, spricht eigentlich auch in der Frequenz und müssen wir dann rückwärts eruieren oder bestimmen, was für eine relative Geschwindigkeit zwischen Sender und Empfänger dies ermöglicht. So, nochmals, wir starten von der gleichen Formel wie vorher. Das heißt, 1 über Lambda' ist gleich 1 über Lambda. Weil, nochmals, das wäre die Frequenz gemessen auf der Erde aus einem Sternbild, das sich eben relativ zu mir bewegt. Das wäre die Wellenlänge im Ruhesystem im Labor, mal dann mein Korrekturfaktor, weil beide sich entfernen, ist genau gleich wie vorher. Okay, so, aus dieser Formel, das können Sie dann selber lösen nach Beta und können Sie dann mit der Musterlösung die richtige Formel anschauen. Jetzt, Sie müssen diese Gleichung nach Beta lösen und dann haben Sie tatsächlich die relative Geschwindigkeit zwischen Empfänger auf der Erde und Lichtquelle. Das wäre mein Sternbild. Die Situation C ist auch eine, sage ich jetzt so, eine lustige Situation, dass wir hier nur natürlich theoretisch diskutieren möchten. Ich möchte eigentlich, dass Sie nie diese Situation selber prüfen, sonst würden Sie quasi als Raser betrachtet. So, wir haben hier eine Ampel und die Ampel ist rot. Okay, aber jetzt, was man betrachtet, ist ein Autofahrer und gefragt ist, mit welcher Geschwindigkeit müssen wir uns bewegen, damit eine rote Ampel eigentlich grün aussieht. Okay, so, was ist die Idee hier? Wir haben eine relative Bewegung zwischen Lichtquelle, die in Ruhe rot ist, und einem Autofahrer. Und gefragt ist, wie groß soll ich eigentlich als Autofahrer fahren, damit eine rote Ampel eigentlich grün aussieht. In der Fragestellung Einfachheitshalpe sind die Wellenlänge für grün und für rot angegeben. Und genauso gleich wie im vorherigen Beispiel müssen wir jetzt mit der Anwendung der richtigen Form für doppelere Effekte dann die relative Geschwindigkeit finden. Jetzt hier sind wir in einer Situation, im Gegensatz zu Problem A und B, wo Lichtquelle und Autofahrer sich nähern. Das heißt, Sender und Empfänger nähern sich als Funktion der Zeit. So, wir können dann schreiben, dass die Frequenz, wir können sofort in Wellenlänge, ich möchte, dass die Ampel grün aussieht, dann die Frequenz im grünen Bereich, ist gleich die Frequenz im roten Bereich, mal dann schon wieder ein Korrekturfaktor, aber jetzt, weil die relative Bewegung so gestaltet ist, dass Quelle und Empfänge sich nähern, muss ich dann diese Formel benutzen. 1 plus Beta geteilt durch 1 minus Beta Wurzel davon. So, nochmals, das ist tatsächlich die Frequenz der Ampel in Ruhe, aber ich möchte, dass diese Frequenz eigentlich grün für mich aussieht. Und weil relativ zueinander beide Sender und Empfänger sich nähern, muss ich dann diese Formel des Dopplereffektes anwenden. Und daraus, wenn ich diese Gleichung nach Beta löse, kriege ich tatsächlich die gewünschte Formel. und die gewünschte tatsächliche Geschwindigkeit. Und wenn Sie die Rechnung korrekt machen, findet man in dieser Situation, dass das Beta eigentlich müsste 0,225 sein, Das heißt, Ihre Geschwindigkeit sollte knapp ein Viertel der Lichtgeschwindigkeit sein, damit eine rote Ampel eigentlich grün aussieht. So, mit dieser Übung konnten wir uns mit dem relativistischen Dopplereffekt auseinandersetzen. Dopplereffekt kommt zustande, wenn Empfänger und Sender relativ zueinander sich bewegen. Wir hatten hier verschiedene Situationen, wo Sender und Empfänger sich entfernten oder eventuell sich nähern. Und in Abhängigkeit, was bekannt wurde, oder was bekannt war in der Fragestellung, musste man die Variation oder die Veränderung in der Frequenz, respektive in der Wellenlänge berechnen, oder aus einer bekannten Variation zwischen Frequenz in Ruhe und Frequenz im beweglichen Bezugssystem, musste man dann die relative Geschwindigkeit Beta ausrechnen. Ganz wichtig hier ist zu erinnern, dass die wichtige strategische Entscheidung bei der Lösung solcher Probleme ist zu bestimmen, ob Sender und Empfänger sich nähern oder sich entfernen. Das ist alles, was Sie eruieren und bestimmen müssen. Weil in Abhängigkeit, ob Quelle und Empfänger sich entfernen, hat man diese Formel, oder wenn Sender und Empfänger sich nähern, hat man tatsächlich diese Formel hier. Und bei dem relativistischen Dopplereffekt, das ist die einzige wichtige Entscheidung, die Sie treffen müssen. Das ist alles, was tatsächlich zählt. Nicht so, wenn man mit dem nicht-relativistischen Dopplereffekt arbeitet. Ich möchte hier erinnern, dass wenn man zum Beispiel Dopplereffekt für Schallwelle anschaut, dort ist es auch wichtig zu wissen, ob die Quelle sich bewegt relativ zu Empfänger oder umgekehrt. Und das hat zu tun mit der Tatsache, dass eben eine Schallwelle braucht ein Medium, um sich auszubreiten, nämlich Luft. Im Gegensatz zum Licht, eben Licht braucht kein Medium. Licht bewegt sich oder breitet sich immer mit der gleichen Geschwindigkeit aus, diese maximale Geschwindigkeit der Natur, die Lichtgeschwindigkeit C, die eben bezugssystemunabhängig ist. Deswegen, die einzige wichtige Entscheidung ist einfach zu eruieren, wie die relative Bewegung aussieht. Das ist alles, was Sie machen müssen. Liebe Studierende, diese Videoübung war die letzte des Semesters. Ich hoffe, dass diese neue Initiative Ihnen geholfen hat, sich mit dem Stoff der Vorlesung aus einer anderen Perspektive auseinanderzusetzen. Ich möchte Ihnen für die Aufmerksamkeit danken, aber besonders Herr Guillaume Schilz für die Hilfe und für die technische Unterstützung. Auf Wiedersehen.